Die Woche wird sich um nichts anderes drehen, wie um dieses Thema In den USA finden die Wahlen statt Und zwar in der Nacht vom 3. auf den 4. Also vom Dienstag auf den Mittwoch wird gewählt Das heißt am Dienstagabend unserer Zeit wird gewählt Und dann wird in der Nacht zum Mittwoch werden die Ergebnisse dann bekannt gegeben Da vielleicht so ein paar Schlagzeiten, wo man sich ein bisschen orientieren sollte Also auch so eine Erfahrung an die letzte Wahl 2016 Wird ja vielleicht nicht jeder von ihnen mit dabei gewesen sein Vielleicht auch noch nicht den Markt so in dem Moment verfolgt War damals sehr spannend gewesen Also der Markt hat unheimlich erstmal in eine Richtung angezogen So bis 1 Uhr, 1.30 Uhr Ist von dort dann in die andere Richtung völlig losgekippt Und hat dann um 5 Uhr auf der anderen Seite einen Extrempunkt gebildet Und ist von dort nochmal zurückgelaufen Ich sage jetzt bewusst nicht hoch, runter, hoch Weil sie nicht assoziieren sollen, dass das jetzt genau in der Reihenfolge sein soll Aber die Zeiten, die sind eben so wichtig Und damals war es halt so, wir sind ja schon zur US-Wahl hin Also zur Wahlnacht hin unheimlich stark angestiegen Sind dann vom Stundenschluss oder vom Tageskloß am Dienstag 22 Uhr Sind wir nochmal gut 100 Punkte nach oben gestochen Bis 1 Uhr etwa sind von dort dann ganze 600 Punkte nach unten gegangen Bis 5 Uhr nachts im außerbürstlichen Handel Und von dort dann 800 Punkte wieder nach oben im Erstanlauf Später Sie haben das bestimmt im Chart auch schon entdeckt Ist der Markt natürlich noch wesentlich weiter dann angestiegen In den Folgen Das hatte dann so 2-3 Wochen gedauert Bis ich das lösen konnte Und dann ging es da richtig nochmal weg Das heißt so, auf jeden Fall 1.30 Uhr Wird in Ohio und North Carolina werden die Zahlen kommen Aktuell, ich prüfe mich jetzt hier mal wirklich so ein bisschen auf Sachen, die ich jetzt aus externen Quellen einfach beziehe Es wird vermutet, wenn Biden in beiden Staaten deutlich führt Dass das dann einem Sieg, dass es dann einem Sieg von ihm sehr nahe kommen wird Also wenn er in Ohio und North Carolina sehr deutlich führen wird Wird es wohl auch einen positiven Wahlausgang für ihn geben Und Trump keine Chance haben 1.30 Uhr hat man diese Zahlen Wird es dort unruhig Und das war eben in der letzten Wahl tatsächlich dann auch so Da hieß es ja, Trump wird die Wahl nicht gewinnen vorher Das ist aktuell auch wieder so Aktuell führt auch Biden ganz klar die Umfragen an Wird Trump zum Beispiel Ohio gewinnen Oder zumindest das unheimlich knapp machen Dann könnte ich mir vorstellen, dass in der Nacht 1.30 Uhr auch deutlich gewackelt wird Der DAX Future ist ja dann schon handelbar Das heißt auch unser DAX wird Auswirkungen im Nachthandel haben Man sollte sich im Dienstag auf jeden Fall dann ein bisschen Naja, überlegen, ein bisschen vorher positionieren 2 Uhr kommt dann Florida und Pennsylvania In der Regel kommt aus Florida Das schon vor Mitternacht noch, also noch vor North Carolina Und bei einer Trump-Niederlage in Florida oder North Carolina Würde das auch für die beiden Präsidentschaftswahlen entsprechen Damals war es aber so, dass ich glaube Trump direkt Florida noch gewonnen hatte und so weiter 3 Uhr haben wir Michigan und Wisconsin, auch sehr 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 wichtig Das wäre eher zu Trumps Gunst, also wenn er beide gewinnt Und Florida und North Carolina zum Beispiel gewonnen hat Wäre das auch extrem gut für ihn Und 4 Uhr dann Arizona Das wäre so die letzte große Hürde eigentlich für beide Weil die haben relativ hohen Anteil dann auch nochmal Also das sind so die Knackzeitpunkte, zu denen die Ergebnisse sind Das heißt 4 Uhr, 5 Uhr wird man dann auch schon wissen Wer wird denn Präsident werden Sehr wahrscheinlich Und das einfach schon mal so ein bisschen vorab Dass sie das ein bisschen im Ohr haben, was für Bewegung ist Wenn wir jetzt erstmal aus dem großen Bild gucken Aus dem großen Bild hatten wir unserem DAX gesagt Er hat hier im Bereich um 600 Beziehungsweise was haben wir gesagt Was ist das hier Die 5,85 hat man bis ich sag mal 4,30 Das sieht jetzt hier so ein bisschen aus Wie als hat er unseren Trigger nach unten aktiviert Den hat er aber nicht aktiviert Wir haben nach dem Doji vorher einen höheren Tagesschluss bekommen Das heißt unser DAX hat Was haben sie denn mit meinem Tagesschart hier gemacht Voll abgeschnitten Das heißt unser DAX ist jetzt hier erstmal in der Stabilisierung An der Unterstützungszone Von hier hätte er jetzt gute Potenziale bis 12.000 Das bleibt auch weiterhin so 12.000, 12.040 wäre auf Tagessicht der Rücklaufpunkt Könnte zum Beispiel sein Dass er bis in der Wahlnacht an die 12.000 ransteigt Das wäre sehr üblich Dann in der Wahlnacht Einen riesen Gapdown Vielleicht nochmal auf die 11.600 runter Und dann hat er Schuss nach oben Bis in die 12.600 rein Das wäre zum Beispiel ein typisches Muster Was einfach auf so eine Wahl auch passen würde Starke Erholung Dann fettes Abwärtsgap Dann doch wieder hoch Also so richtiges Hin und Her Sodass man die Leute halt wirklich hier auch ein bisschen nackig kriegt Und auch ausgeschlagen kriegt Die Leute halt Dass man sich hier ein bisschen das Volumen holt Ansonsten unterhalb ist unser DAX akut gefährdet Alles was hier unter die 350 weggeht Unter die 400, unter die 450 Das gibt einfach Platz genug Bis unten Das kann man gar nicht begrenzen halt Also letztendlich selbst ein Gapcross bei 9.500 Auch hier unten 8.800 Das sind immer so Stationen Die sind dann so schnell erreichbar Ich denke die Volumenzone hier Die können den DAX gut ausbremsen Im Rahmen einer Wahl Wenn er zum Beispiel weiterfällt Jetzt noch bis Dienstag weiterfällt Vielleicht sogar auf eine 10.600, 10.500 fällt Boah, also Dann würde es mich nicht mal wundern Wenn wir einen Gapdown unter die 9.000 kriegen Vielleicht dann hier einen schnellen Gapcross auf 9.500 machen Dort haut auskontern Es ist ja auch noch Corona im Hintergrund Das ist einfach ein Das ist ein riskanter Markt Und man darf hier nichts außer Acht lassen halt Also das ist Da kann ich Ihnen auch nicht wirklich sagen Das kommt so und das kommt so Ich kann so ein bisschen Eine Vermutung äußern Aber hier muss man echt auf der Hut sein Insbesondere auch die Gaps Gucken Sie sich die letzte Abwärtsbewegung an Da haben wir teilweise Gaps gehabt Bis 600 Punkte Distanz Die wurden nicht geschlossen Die sind direkt offen geblieben Und der Markt ist weitergelaufen Ich denke ja persönlich Dass das nicht nochmal kommt Ich gehe davon aus Dass wenn wir so tief nochmal gehen Und weit fallen Dass er viel korrektiver Viel stärkere Rückläufe macht Weil die Leute das sehen Und diese Fantasie im Kopf haben Der Markt kann so weit fallen Das heißt sie sind aggressiv Die lassen länger laufen Die pyramidisieren auf Und dann klappt das natürlich nicht halt Damals war das eine ganz andere Ausgangslage Vor so einem Abend hier Da waren alle sich einig Dass der Markt wieder zurückkommt Weil das total übertrieben ist Was man am Markt gesehen hat Da hat keiner gesagt Der macht hier 600 Punkte Gapdown Und fällt weiter Jetzt sitzt man da und sagt Naja er könnte aber 600 Punkte Gapdown machen Das heißt wir haben eine ganz 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 andere Ausgangslage Als das noch im März war Das sollte man berücksichtigen Ich gehe deswegen definitiv davon aus Dass wir Potenzial haben Hier entsprechend jetzt nach unten zu rutschen Aber dass er von der Bewegung her Wenn er das macht Viel korrektiver laufen wird Also dass das wirklich In die Richtung Dass das in die Richtung Sowas gehen wird hier Ja Dass er dann so eine Späßchen einfach macht Und sich Stück für Stück Einfach Dann nach unten kriegen wird Naja aber immer die Leute Raus hat vielleicht auch nochmal So ein höheres Hoch rein stellt Und dann alle denken Ja das war es jetzt erstmal wieder Das wäre halt typisch Das wäre typisch für so eine Marktphase Das wäre typisch Wenn vorher so eine Welle da war Dann hätte er sich trotzdem Technisch daran orientiert Hätte hier quasi eine zweite Technische Abwärtswelle getrieben Hätte trotzdem die Leute Die ganze Zeit immer wieder Wörter gemacht Und das sind dann natürlich auch Genau wieder hier diese Momente Wo die Leute dann sagen Ja der fällt nicht mehr Das war es jetzt Und jetzt neues Allzeithoch Ne das sind dann immer so Genau die Punkte Wo die Leute halt dann weg wollen Und dann weiter runter Das wäre so Das ist bärische Szenario Das könnte ich Das könnte ich mir noch eher vorstellen Wie jetzt hier komplett Gap down und unten durchrennen Ähm Das fände ich ungewöhnlich Weil der Markt zu vorbereitet wäre Ähm Natürlich ist alles an der Börse möglich Da kann immer das passieren Der Vorteil von der Charttechnik Ist einfach Dass wir hier gewisse Szenarien aufstellen Und wenn der Markt eben dann mitgeht Wenn er die bedient Dann versuchen wir das zu begleiten Das würde für mich jetzt ganz konkret Einfach bedeuten Wenn wir am Montag beispielsweise Ein Gap bekommen Also ich gehe davon aus Dass ein Gap down jetzt wird Wenn der Markt ist einfach zu 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 Aufgerissen jetzt halt Ne Der will runter Der hat Druck Aber wenn das Gap down Beispielsweise hier jetzt Ich sag mal nur auf eine Auf eine 5,50 kommt Auf eine Vielleicht sogar bloß auf eine 4,50 Könnte ich mir gut vorstellen Dass die das direkt Klosen Und dass der dann Montag bis Dienstag Vormittag An die 12,40 Ranläuft Ja Also das wäre dann wirklich Mein Ziel Mein Rücklaufziel Da würde ich auch auf die 10,8 Auf die 11,8 Die ist hier wichtige Zwischenmarkte Erstmal nichts mehr geben Das wäre ein wichtiges Zwischenziel Und von dort können wir Dann schon wieder hart Nach unten wegdrehen Und dann im zweiten Anlauf Eben auch ein Stückchen tiefer gehen Sollte er in diesen Channel Reingehen Über die 12,40 Würde ich ihnen dann Platz Bis 12,6,30 geben Drückte uns aber unten raus Unter die 4,50 Unter der 4,50 Ist der Markt In meinen Augen nach unten Dann geöffnet Ja das heißt Er kann dann auf die 3,50 gehen Die 2,60 gehen Eher würde ich dann denken Dass wir zunächst Ein Dip auf die 10,8,50 kriegen Und in zweiter Instanz Auf die 10,5,30 Das sind für mich Die beiden Marken Die hier unten wichtig sind 10,8,50 10,5,30 Ja also auch so Der Bereich um 10,500 Ja das wird Anlaufpunkt Und alles was dann tiefer geht Kriegt dann Ziel Eben Gap Plus Hier unten So Das erstmal dazu Dann haben wir Darüber gesprochen Was hier jetzt Für die nächsten Tage Wichtig ist Wo die Potenziale liegen Wo die Risiken Natürlich auch liegen Wir haben ein bisschen Schon mal die Wahl Vorgecastet Viele interessiert das Immer so ein bisschen Was passiert denn Wenn Biden gewinnt Was passiert das Für den Markt Wenn Trump gewinnt Da gibt es genug Analysen Die sie finden Wenn sie das googeln Sie wissen Ich bin nicht so Dieser Fundamentaldatentyp Einfach weil ich Immer wieder sehe Dass die Leute sagen Ja wenn der eine gewinnt Dann wird das Den US-Dollar stärken Und dann trifft das ein Der eine gewinnt Und der US-Dollar Macht genau das Gegenteil Das ist so die Erfahrung Die ich einfach immer Mit sowas habe Deswegen gucke ich Da nicht so gerne drauf Und suche mir dann Eher im Chart Meine Bewegungspunkte Um da meine Strecken rauszuschneiden Um da mitzugehen Aber trotzdem Interessiert es ja immer Viele Ich würde sie einfach Auch mal von der Externen Seite zitieren Und das hat hier IG Markets glaube ich Rumgeschickt gehabt Doch ja Müsste IG gewesen sein Da hieß es so ungefähr Ja wenn Trump gewinnt Dann ist mit einer Weiteren Eskalation Das Handelkrieg zu rechnen Ja also diese ganze Zollthematik Auch mit Deutschland Mit dem Auto bauen Und so weiter und so fort Können dann nochmal Flamme kriegen Das heißt die Werte Dürften schwach notieren Auch US-Exporteure dürften Schwach notieren Weil dort einfach Wieder die Spannung Reinkommt Im Währungskrieg Das könnte sich dann Ebenfalls negativ Auch wieder auf den Wert Das US-Tolle auswirken Und Ausgekontert Kriegt er das eigentlich Nur Wenn er Ja Zusicherung Machen würde Dass Steuersenkung Und Deregulierung Entsprechend fortgesetzt werden Halt um das irgendwo Ein bisschen auszugleichen Also Steuern runter Einkommenssteuer runter Und so weiter Und so fort Das würde das ein bisschen Auswirken Auf der anderen Seite Bei Joe Biden Geht man eher mehr davon ab Dass er die Spannung Einfach abbaut halt Dass er sich aber auch Nicht so sehr Um die Märkte schert Dass es ihm nicht Darum geht Was zu pushen Und zu drücken Sondern dass er wirklich Eben versucht Die Wirtschaft zu treiben Um nicht mit der Prämisse Den Markt eben zu drücken Das heißt Regulierung Die Deregulierung Wird wahrscheinlich gestoppt werden Das können die US-Banken Dort ein bisschen Bedrücken Steuererhöhung Durchaus ein Thema Um eben hier Einen Ausgleich zu kriegen Sprich Ich nehme das Geld Von den Reichen Und verteile es Auf die Die es gerade nötig haben Und nicht Ich sage der Fed Sie soll drucken Was geht halt Also das wäre unter Joe Biden Aktuell eher das Was erwartet wird Ja Ähm Ja Soweit Dort die Ideen Die Theorien Die Erwartungshaltung Wie gesagt Ich gebe da nicht so viel Ich gucke mir das Wie reagiert das Und versuche dann einfach Mitzugehen halt Versuche der Bewegung Zu folgen Und mitzugehen Auf dem kurzfristigen Bereich Im 2-Stunden-Chart Hatten wir am Freitag Darüber Oder für den Freitag Darüber gesprochen Dass bei 3,50 Hier unten noch was Schönes ist Dass der Dachs dort Nochmal locker Schwung holen kann Sprich wenn er von dort Grüne Kerzen treibt Dass er durchaus Wieder hoch kann Das hat er getan Ist nicht drunter weg Die 3,50 kam Vorbörslich schon Also im Dachs Future Ähm Im Nachthandel War sie vorher da Außerbörslich Vorbörslich schon drinnen gewesen Von dort hat er sich Sehr schön weggetrieben Das heißt Das ist soweit Jetzt erstmal durch Das ist abgearbeitet Und ähm Ich zieh das jetzt hier Einfach mal ein bisschen Zur Seite Dass sie das sehen Das ist durch Das heißt Ein zweites Mal Auf der 3,50 Hat er nicht viel zu suchen Ähm Da müsste dann schon Das wäre nicht gut Sagen wir es mal so Ne Hat er nicht viel zu suchen Das wäre jetzt nicht gut Mensch Kriege ich mir einen Pfeil Irgendwie so Dass es nicht so behindert aussieht Haha Man, man, man Das gibt's doch nicht Mich veralbern hier Wir machen das jetzt einfach mal so Ist ja egal Sie wissen ja wie es gemeint ist Ne Also das Thema ist durch Ähm Das haben wir gesehen Der hat das gut verteidigt Wer jetzt hier schon So ein bisschen Geschulteres Auge hat Der sieht hier schon wieder So zwei Spitzen unten Hier eine Spitze oben Hier eine relativ klare Verteidigungslinie Das riecht nach einer SKS-Formation Nach einer inversen SKS Also auf einem Verkehr drum SKS Das könnte bedeuten Dass man im Bereich Um 700, 715 Zum Montag Ein bisschen aufpassen sollte Ne Also denkbar wäre Wenn er die Die SKS-Formation stellt Dass er sich von dort Nochmal runterschlagen lässt Auf 11,450 Ne Und von dort dann Anfängt hochzutreiben Und zwar richtig hochzutreiben Richtung 12.000 12.050 Bis in den Dienstag rein Ähm Das wäre Das wäre dann SKS-Formation Das wäre jetzt hier Sag ich mal Auch ein positives Bild Wenn er es jetzt Nicht ganz übertreibt Halt ne Ja also auf der Oberseite Würde ich tatsächlich Dann das Als Erwartungshaltung Mitgeben Als politisches Szenario Bis in den Wahlkampftag Rein Rechnen sie mit Übertreibung Rechnen sie mit Ausgeprägten Bewegungen Rechnen sie mit Viel Schwung Hohe Volatilität Ähm Es ist halt einfach Wahl Es ist eine US-Wahlwoche Ne Und die letzte Hat uns bewiesen Insbesondere wenn es Um eine Wahl von Trump geht Dass da viel Bewegung drin sein kann Das soweit jetzt Meine Erwartungshaltung Hier und unten Würde ich ganz dort sagen Geht der tiefer Geht der wieder unter 4,50 raus Risiko im Chart Risiko im Chart Nach unten Kann man gar nicht Genug sagen Ähm Markt ist durch Corona Eh angespannt Jetzt kommt noch Unsicherheit mit der US-Wahl rein Das ist ein Eine Das ist ein Exklusives Gemisch Das muss man einfach so sagen Das heißt ich würde dann Damit rechnen Dass wir auf die 260 weiter runter setzen Gehen wir durch die 260 durch Erwarte ich hier Dass wir ein ganzes Stück tiefer gehen Und zwar nicht nur bis Zur 11.100 Sondern dann gegebenenfalls Auch schon unterhalb Von der 11.000 Ja Das muss nicht zwingen Die 10.29 hier sein Aber eine 10.79 Das würde vollkommen Schon mal ausreichen Insofern wäre das Für mich Eskalationsspielraum Auf der Unterseite Für den Montag Erstmal Meine Erwartungshaltung Wäre nicht Dass er unten drunter geht Sondern dass er sich Tatsächlich weiter stabilisiert Er hat zwei Tage Sehr stabil gezeigt Aber das muss mit dem Gap passen Also wenn der hier unten Aufmacht unter 4.50 Wird das nichts Wenn er aber so Über 4.50 aufmacht Vielleicht so 5.50 Rum 5.500 Könnte ich mir vorstellen Dass wir einen direkten Gap loskriegen An die 11.6.38 hin Dann ein bisschen seitwärts Und dann wird er sich Später zum Montagabend Nach oben hin Bis in den Dienstag rein Richtung 12.040 Bewegen Das ist meine Erwartungshaltung Das US-Wahl Tagesschatt haben wir geguckt Insofern Bleibt mir nur zu sagen Viel Erfolg für den Montag Guten Wochenauftakt Und wir hören uns dann Ja Morgen wieder Bis dahin Ciao Ciao